Okay, alle zusammen. Also, das ist ein wirklich wichtiger Tag für mich. Was? Du hast gerade was gesagt. Ich sagte gar nichts. Wie auch immer. Klasse. Yo, wo bist du? Ich werde das heute nicht hinkriegen. Was redest du da? Heute ist Vatertag. Wissst du, es gibt eine Theorie, dass jeder einen hat. Ein was? Ein Mörder. Alles klar, auf geht's. Ich versenke das Ding 100%. Wiederhol es. Chicken Wrap, alles weiß, keine Tomaten und Soße. Ganz am Rand. Sie ist aber hart drauf, meinst du? Ich wünschte, Stacey hätte noch irgendwas anderes zu tun. Sie ist schrecklich. Hey! Der einzige Ort, wo er einschläft, ist hier. Hast du gar keine Angst, ihn im Schlaf zu erdrücken oder sowas? Manchmal wünschte ich es mehr so. Wir sollten sie kämen. Also, ich hab mich schlau gemacht. Über was? Du weißt schon. Nein, keine Ahnung. Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, oh ja, klar, ich weiß. Sie zu töten. Wie machst du's, ohne erwischt zu werden? Sie hat keine Freunde. Ihre Mutter ist gestorben. Es ist doch nicht so, dass ich es tun würde. Sicher. Ist sie tot? Ja. Ich hab hier ein paar Optionen, verschiedene Wege, wie wir es tun können. Okay. Genau! Ich fühle mich richtig schlecht. Lass es uns behalten. Ich glaub meine Liebe ist ein Typist, reverberate Anneants. Dieactory ist das Typist, die wege proceed. tempsấy. Ich Costa oder? Ich bin etwa da.